As-salamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadiga. Was gibt's hier bei Sarah? Ja, und Machiones, Patates, Marli, Masluk, Marli ist ausgefallen. Also Kartoffelbrei auf ägyptische Art mit Samna. Und Pfohl, frisches Pfohl, frische Zwiebeln und Brot. Und Beauty, die hat gestern einen Furz gehabt, der geht's gut. Alle sagen, Kolik, Kolik, hör mal auf. Dieses Pferd ist ein Miracle, sag ich immer. Ich verstehe das nicht. Alle sagen anderes Alter. Ein deutscher Tierarzt sagt vier bis fünf Jahre. Rustis Vater sagt drei bis vier Jahre. In Hogada sagen sie zwölf bis 15 Jahre. Und I don't know, jeder sagt was anderes. Und genauso mit der Kolik. Die vom Luchso hat gesagt, kann auch sein, dass das... Sie tut sich das Baby zurechtrücken. Anyway, der Tierarzt ist nicht mehr gekommen. War ja klar. Und wir haben ihr den Beutel gemacht. Ich glaube, das habt ihr gesehen. Und seitdem ist die gut. Alles super. Ja, und ich bin... Ich kann es euch nicht zeigen, aber die... Das Baby beißt. Das gute, zahme Baby beißt. Aber ich bin sie am trainieren. Solange sie beißt, darf sie nicht zu den Affen. Ja, das wird ein hartes Ding. Ich bin voller Gebisse und... Aber sie ist geimpft. Hisset, wie Hognas, ha? Rebis. Also ich kann schon mal keine Tollwut kriegen. Amina ist in ihrem Lernunterricht. Wir haben halt so gelacht, du wälschst dich hier auf... Und die schläft am Sofa wie eine Made. Rechts und links und links und rechts. Und was darf nicht fehlen? Ägyptisches Fernsehen. Jonas, der heißt... Der Mann. Der heißt Jonas. Der andere. Du bist der schönere Jonas. Okay, also weiter geht's. I wash my hands. You want to smell? Händewasche. Also smell everything. Sabuna, Desinfektion, everything. Der guten Morgen Kaffee darf nicht fehlen. Baby. Jetzt machen wir kurz aus. Baby. Ja, die hat ihm geschläft im Käfig. Und morgens ist sie dann bei mir in der Küche. Heute sass es immer. Ich probiere das jetzt mal, wie mein Mann sich fühlt. Also die ist schon im Käfig. Und dann kommt sie raus und wir gehen spazieren. Wenn ihr sie hier sieht, dann sagt ihr... For what? For what? This you must not do. Ja, aber das glaube ich nicht. Weil, dass sie heute irgendwas sagt. Man kann sich immer wieder ein Schlückchen... Okay? So. Die hat die... Die hat die... Die hat die Spiegelbild im Ofen. Die hat die Spiegelbild im Ofen. Dann machen wir wieder Pause. Dann schläft sie wieder. Die ist auch sehr müde oft. Gestern habe ich gedacht, das ist Maghreb, weil die wollte schlafen. Ich habe alle Tiere rein. Dann... Ich habe es nicht mal gecheckt. Das war... Ähm... Was heißt... Weiß ich nicht richtig stark. Durch die Abaya hat es nichts. Aber am nächsten Tag habe ich eine abdünne Abaya angehabt. Und dann hat es durch... Die wurde gewaschen. Lass sie wieder an. Ich habe die aufgehängt. Ja, ich... Genau die. Genau die. Ja. Ich ziehe die gern an. Aber... Naja, was willst du machen? Ja, die kann ich mal eine Mandarine essen. Und der Hund den juckt. Der Hund ist einfach... Den will die nicht. Gell? Der gefällt es hier hoch zu handeln. Gib mir mal deine Hand. Gib die Handi. Komm. Die ist so eine kleine Hand. Die ist so süß. Ja, ich finde den Käfig jetzt blöd. Aber wenn ich sie hier rauslasse, schmacht sie uns den ganzen... Die ganzen Sachen kaputt her. Schmerz sie. Die macht alles. Weil ich noch wieder Affe in den Zollladen freigelassen. Der Asch... Ja, bei... Nee, nee. Wo die freigelassen hat. Bei dem Hasen. Zwei Affen haben sich aus dem Käfig raus, haben den ganzen Zollladen kaputt geschlagen. Und die Vögel, viele Tote waren da. Ja, aber... Die essen noch Hunde... Nee, die haben sie... Die haben das Vogelfutter gewollt. Aber die Vögel da drin, die haben wahrscheinlich einen Herzinfarkt gekriegt. Der ganze Käfig ist runtergefallen und alles. Ja. Sag's dir. Zwei Affen und die... Gell, guten Morgen. Ich schäme die irgendwie von dem Vater und von den Kindern bei den Mädels. Warum? Ja klar, weil ich kenne das Gefühl. Man schämt sich. Am Anfang. Heute ist die Mause wieder gesund. Alhamdulillah. Eigentlich nett. Aber die zwingt uns. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Steck sie alleine, ist doch mir egal. Aber sie hat jetzt schon einen dritten Tag Antibiotikum. Guck, meine Stimme ist auch noch nicht gut. Ich huschte noch. Das ist halt das. Kälmausi. Ja. Also lass uns mal den Kaffee trinken. Junis geht heute wieder nicht. Gestern war. Einen Tag geht er, einen Tag nicht. Einen Tag geht er, einen Tag nicht. Man fühlt sich gut, dann wieder nicht. Oh, ich hab so Bauchweh. Also. Hauptsache er macht seine Hausaufgaben. So, der Hufschmidt ist endlich da. Glaube ich gar nicht. Der hat nur Hammer und Meißel. Und eine Hacke hat er dabei. Hä? Was ist denn das? Ein Kind? Ja. Das ist ein Kind. Na dann. Und rauchen. Nee. Ja doch, rauchen tut das Kind auch. Guck mal, ich trinke erst mal mein Safti. Ich bin gerade. Ölhandel. Das Kind. Das Kind. Das Kind. Das Kind. Also die zwei Füße werden zusammen. Und ich hab doch wussten, die machen es wieder bei den Eseln. Wie alt ist Mahmoud? Wie alt ist Mahmoud? 22 ist der Junge Wie alt ist es? Schau, Schau Schau, Schau Schau, Schau Schau, Schau Schau, Schau Schau Schau, Schau Ich will es sehen Schau Setz dich hin, ich film. Hat er nur das dabei. And only this he used. Stop. I hold her. What you are doing, you open it by yourself. I hold her like this. Like this. Tal in the front. Come in the front. I will marry you. I will marry you. No. No. Mahmoud, why you? This is you. You. Also, ne. Give it to me. Halas, beauty. Fine. Ist alles okay. Ist doch nur deine Hufe werden gemacht. Ja. Fein. Fein machst du das. Dann geht's dir besser. La. Anna Isagull. Ich muss mit dir reden, dann ist sie lieb. Ja, fein. Halas, halas. Ja. La, 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 beauty. Lieb sein. Halas. Ja, halas. Ja. Halas. Halas. Ja, fein. Siehst du beauty. Feine Mausi, fein. Ja, fein. Ja, fein machst du das. Sie kannst liebe Mausi. Siehst du bien, Kopi? Ja. Fein. Ja, fein. Ja, fein. Na, fein. Fein. Ja, fein. Fein. Ja, Fein. Fein. Ja, fein. noch gar nichts gemacht, da in dem Laden. Oh, Mann, ey. Nein, dass du, wie es aussehen muss, schon mal gut. Ah, ja, die Gediemen. Der kleine Furz 22, der hat halt mal Bart. Der ist doch keine 22. Mashallah, mashallah, der ja... Ja, Beauty, gut machst du das. Super, gut machst du das. Jetzt schwätzen die noch, während der Schaff. Ja, gut, super, Beauty, super. Hau euch fern. Ah, gut. Alla toll, hoa gai. Inshallah. Ja, ist es. Hau amal Farasa, wala Humara, best? No, no, no. Kulla hage. Hau, boos, boos. Good. Kullus. Ismu Iam? Kullus. Kullus. schon sehr viel abgenommen super ich freue mich gut gemacht oben ist der käfig in der sonne mit der baby von unten auch was heißt feile auf arabisch mit dem kann es ja nicht die 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 Ich habe einen Riegel für einen Riegel gelegt. Jetzt ist er schon am zweiten Fuß und die Heidi und den Jack macht er auch. Ah ja, besser als nichts, von vorne halt. Der ist cool der Junge, Maschallah, der schwätzt während dem Huf hoch, Schläger, Nase gebrochen sein, aber schwätzt cool, Maschallah, ja, ich erinnere mich, der alte Eseltyp hat mir immer gesagt, ich soll einen Huf hochheben, dann muss man nicht die Füße zusammenbinden, naja, gut, jeder macht es anders. Sobald er fertig ist mit der Beauty, kommst du raus. Maus, ja, sie hat sich das Ding abgemacht, wie auch immer, komm Mausi, komm, komm. Oh, jetzt ist windig, ja, ich habe den Windschutz gemacht. Ist das so, ah, jetzt, Mausi, komm, komm, komm her, komm, Insel, Insel, kleine Maus. Ja, muss ich erst mal wieder anziehen. Feni, ja, du darfst gleich raus. Komm, Aho, Banane, komm, hier ist die Banane, komm, Baby, keine Angst, da ist niemand, iss doch jetzt, guck mal, muss man dir schälen, du bist noch ein Baby. Na gut, heute hat sie mich noch nicht gebissen und wir haben das neu gemacht mit einem Kabelbinder fest, dass es nicht mehr aufmachen kann. Na, komm, ja, Mausi, schmeckt es? Ich habe hier noch, die braucht lange, um so eine Banane zu essen, gell? Die war im Wohnzimmer auf meinem Schoß gesessen. Eunice hat jetzt Angst vor ihr, weil sie mich ein paar Mal gebissen hat, sage ich, das ist doch normal. Die war im Stress. Baby, hallo, Mausi, komm, die hat es losgemacht sich, jetzt habe ich das kürzer geschnitten und wir gehen heute Abend zum Hasemans Shop, der hat Klamotten für Hunde und heute, ich habe auch eine Hundeleine bestellt, eine neue. Na? Aber das reicht dir, dass der Fino seine Hundeleine hat. Bist du fertig? Guck mal, ich habe hier noch, guck, ich habe noch eine Banane. Was ich denke, die wurde von einer alten Frau aufgezogen, die mag Frauen mit in schwarz. Jetzt. Ja, komm, jetzt. Was? Ach, lass, die ist satt. Dann lassen wir das da für später. Kommst du? Ja, Labina? Komm. Komm zu Mama. Jetzt, ich habe, das ist ja so schmutzig, weil ich habe das, einen Kabelbinder gesucht. Und den ganzen Dreck von... Komm, 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 komm. La, la, la. Pass auf. Komm, komm, komm. La, die will immer auf die Leiter. Komm, Habibti. Komm, ich nehme dich mal so. Komm mal her, Habibti. Komm mal her. Ja, fein. La, komm, komm, komm. Komm. Also weißt du, ich will doch den Leuten zeigen, wie süß du. Warte mal, warte mal. So. Die ist kitzlig. Komm. Halassi, Halassi. Komm. Warte, ich nehme sie mal. Uhhh. Kleine Mausi. Ja, das ist wie ein Baby. Gell? Ich habe zur Schwiegermutter gesagt, dein Sohn hat mich nicht schwanger gemacht. Dann habe ich ihm den Ass geholt. Jetzt habe ich ein Baby. Hat die glotzt. Immer ein bisschen foppen die Leute. Na? Kleine Maus. Komm mal so. Was? Amazon. Hundefutter. Na? Oh, was hast du gefunden? Na, Back. Komm, wir gehen mal zu Amazon. Komm, Schmidt. Komm. Das musst du lernen. Wir bestellen immer. Ja, ja, ja. Komm. La, la, la. Komm. Komm, wir gucken. Blamiert sich mein Mann wieder. Ich finde das nicht peinlich. Die muss doch ein bisschen lernen. Komm. Ich gehe mit dir überall hin. Oh, die Höhle für die Mause ist gekommen. Super. Ah, ja. Hallo. Ich habe nämlich einen Katzenkratzer, äh, einen Wellniskratzer bestellt. Ich glaube, das ist das. Hier ist die Höhle. Die sah so klein aus. Ja, 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 ja. Hundefutter, Katzenfutter. Hey, ich habe mich auch mal Hager. Hey, Baby, mach Mut. Just, I want to... Aha. Super. Can I take this one? Aha. Sei. Komm. Das ist der Kratzer für die Katzen. Wenn die es kapieren im Internet steht. Meine Katze ist zu dumm. Die hat das nicht benutzen können. Oh, die haben schon wieder Sand gebracht. Hier geht es bei der Oma wieder weiter mit den Arbeiten. Der macht eine Pause hier. Der geht zu meinem Geldbeutel. Ja. Mausi, geh weg. Das ist wie ein Baber seine Mütze. Da flippt er aus, du, Herr Bebti. So. Gucken wir mal. Bitte, was ist... Ja, das ist's, das ist's. Guck, das ist so ein Katzenkratzer. Seht ihr? So rund. Da soll die Katze sich runtergehen und kratzen. Super. Mein Mann sagt bestimmt, for what? Help stop shedding and scratching to keep your home hair free. Ja, das ist eigentlich nur ein Wellnessgerät. Die sind ja nicht im Haus mit den Haaren und so. Mal sehen. Das ist ziemlich leicht. Das muss ich noch zusammenbauen, das Ding. Oh, ein Scratch-Bread. Und das. Okay, das war's. Naja, tun wir gleich zu den Katzen rein. Einfach reinstecken, schätze ich mal. Ah. So. 200... Keine Ahnung, Pfund. So. Ich komm gleich, gell. Nicht abhaue. So. Schau. Wirst du auch gucken. Eher die. Tschick, 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 tschick. Beauty. Ja, fein. Jetzt guck mal, was die Kätzle sagen. Der Typ muss auch denken müssen. Der ist im falschen Film. Schaut mal. Ein Scratcher. Au. Eieiei, die Tür. Ich tu das mal mehr reindrücken. Und wo tun wir das aufstellen? Ich würde sagen... Hier. Nee. Hier. Was ist denn das da wieder? Uh, das sind... Ja, 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 ja. Hier. Das ist was für die Katzen zum Kratzen. So, ich geh wieder. Ihr werdet das schon rausfinden. Mit Catnip. Das riecht gut, dass die Katzen das wollen. Die gehen dann hin. Ja. Ich muss jetzt zum Baby. Ja, du kleine Maus. Was ist da los? Baby, du kannst nicht rauskommen. Wir haben jetzt hier Besuch und das wird den... Die sitzt schon wieder, die Crystal. Will Eier legen. Mein Mann nimmt ja alle Eier weg. Schon gemein. Was willst du machen? Bestimmt den Gobi hat er auch schon gesehen. Guck mal, wie lieb die kleine Maus da sitzt. Jo, fein. Bist du eine feine Maus? Ja. Der Gobi, da ist der Gobi. Ne? Der wird sich auch denken, dieser Typ. Was macht diese? Müll für die Oma ihren Ofen. So. Gell, Maus? Ich bring dir noch mehr. So. Ferial! Hedea! Amazon! Cartonato! Haga! NTI! Maus! Rauchst du oder nicht? Schmeiß weg! Was ist denn das jetzt? Ah! Ich habe eine Unterhose bestellt. Also, das ist jetzt... Ich glaube Hundefutter, gell? Das ist Hundefutter. Doggy Junior. Genau. Und das ist... Petsiko Papi. Also, auch für Männer. Hundefutter. La! Bukra! La, la, la! Mach Mut gib! Iowa in the Market! Guck mal, wie brav sie da sitzt! Die kleine Maus! Sind das die Unterhose oder nicht? Damit mache ich sie gar nicht auf. Das sind so gemütliche Hotpants. Die brauche ich euch nicht zeigen. Kennt ihr ja. Ich glaube es zumindest. Ja. Was ist das jetzt? Moment. Die hat immer den genommen zum Schlagen. Jetzt gehen sie zu den Eseln. Die werden auch geschnitten. Also... Das war nur 800 Pfund. Und das ist ein super Ding. Also wirklich. Ich dachte, da kommt so ein kleiner Schrott an. Wie es es immer ist. Das ist voll schwer. Ich denke, das ist drei Kilo. Das ist schwerer als die. Mit so einem richtig fetten Kissen. Ha, bügt die! Ja. Arikan wird wahrscheinlich eine gute Marke sein. Halt du! Super! Also, das ist doch was für den Fino wieder. Ich habe gedacht, die hat sich sauer war. Schnellkreditkarte. Alles bestellt. Mahmut hat kein Wort gesagt. Das ist das Beste. Wenn wir Streit haben, kann ich bestellen. Ha, ha, ha! Und die Unterhose. Die sind super. Mauser hat gesagt, sie will die auch tragen. Oma freut sich auf die Tüte. Das wäscht sie. Und dann kommt da das Ramadanbrot rein. Gell? Also, das muss ich mir noch gut überlegen. Ne, das muss ich mir nicht gut überlegen. Komm, das kriege ich doch die. Wobei die Schiele... Ne, die Simsim, die kriegt das. Also, Leute, bei mir ist irgendwas los hier mit der Ziege. Das Baby trinkt. Aber... Schaut euch mal das an. Ein Euter nur. Das andere ist leer. Aber sie trinkt. Er trinkt, Teenie. Der geht doch immer alleine da rein. Das ist dein Platz. Ich habe vorher geguckt. Simsim, ich habe dir was gekauft. Meine Mausi. Du musst nicht mehr frieren und weh. Du machst mir das kaputt. Ich schwöre es dir. Dann ist Polen offen. Hier, guck. Kann man mich schon vorstellen. Das ist nichts für dich. Das ist für die Simsim. Komm, Simsim. Guck mal den ganzen Scheiß drauf raus. Guck mal, die hat sich eine Decke gemacht. Weg. Weg. So. Ne, wir machen das. Dann kommt die Tonne weg. Schau, Herr Bibti, schau. Ah. Dann machen wir das. Mach ich später. Machen wir da noch was drüber. Simsim. Das ist für dich. Guck mal. Für dich, Simsim. Geh rein ins Bett. Geh ins Bett, Herr Bibti. Komm mal der Fausi. Das ist schon viel zu gut für dich. Du, gell. Geh Mausi, Simsim. Nein, ist alles gut. Ist alles gut, Herr Bibti. Alles gut. Komm. Gib mir das Händchen. Ja, komm. Komm, Herr Bibti. Geh, schau. Ja, verteidige. Verteidige. Geh zum Bett. Check die noch nicht. Wenn ich das jetzt in die Tonne packe, verformt sich das. Na, Fausi, spiel dir Fange. Guck mal, die Schiele. Was ist das? Ja. Aha. Okay, Asser. Wer ist das? Garfield. Der Garfield benutzt das. Guck. Der tut sich da reiben, machen, tun. Das riecht gut. Das riecht gut. Aber scratchen tun sie sich noch nicht. Das wird er noch kapieren. Aber was Schönes. Neues Feature. Und die Simsim hat ein neues Bett gekriegt. Hast du gesehen, wie die Baby sitzt auf der Bank ganz alleine? Ganz süß. Ah, selber. Guck mal. Guck mal. Huch, Herr. Machst du? Ah, nee, da. Fähne. Fähne, der Baby. Heia Zey. Zucker. Hädi. Da, der macht die Esel. Hey. Ah. Alhamdulillah. Ich hab gesagt, bring doch eine Feile her. Jetzt hat er eine Feile organisiert, Herr Mahmoud. Masha'allah. Ayoa. Manikür. Ah, Masha'allah. Ich bin sehr süß. Er ist so süß. Er ist so süß. Er ist so süß. Er ist so süß. Da, der Al- rustgelatt hat mich schon. Er ist so süß. Mmm. Algumäß. Den WUD- конф-abaikinen kreiter Це zumindest Lehr ... Er ist so süß. Er ist so süß. Er ist so süß. Er ist so süß mit dai W 32. Es gibt zwei Wochen, sie können sie sterben. Denn es gibt kein Essen, es gibt keine Lehmann. Es gibt alles in der Mitte. Es ist auch ein Wettbewerb. Alles klar, du bist ein Freund. 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 schul die kolomische city city super die unterhose sind kommen will ich auch habe ja die sind bequem und salat jetzt ist die banane runter geflogen ja halas ein bin ich mit der hausche ich bin so ein dummkopf ich gehe immer mit den haus schon raus und jetzt kann ich sie wieder waschen ist das aufgehängt hier sind doch meine schuhe dich ich habe die anderen haus schuhe schon gewaschen also weiß ich bin so ein trottel von lauter affe so meine lieben das war es im video und wir sehen uns morgen wieder bis die tage meiste lämmer